Es hat sich gezeigt, dass eine Demokratie mit zunehmender Vernetzung und Technisierung doch immer nur den besten Selbstvermarkter an die Macht bringt. Durch all diese Kandidaten ist die Rechtsform der parlamentarischen Monarchie jedoch konstant geblieben. Präsident ist der König. Die königliche Linie geht letztendlich zurück auf das in Urzeiten herrschende Geschlecht der West ab. Um das Problem der polierten Präsidenten zu brechen ist seit dem Tauschpräsidentensrendal von mehr als 200 Jahren die Rechtsform geändert auf das sogenannte Königreich der Tausende. In diesem Pool sind die ersten Tausender Berechtigten der alten Monarchie, das heißt die direkten Nachfahren derer von West ab. Der so entronisierte König die Königin ist sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef und ferner Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Rasystems. Stürzen kann ihn theoretisch nur eine Dreiviertelmehrheit der Tausend, falls diese zusätzlich mit zwei Drittel des Parlamentes übereinkommt. Dies ist jedoch noch nie eingetreten. Das Auswahlverfahren des jungen Regenten nach dem Tode des Alten ist ausgeklöckelt. Um es mal platt zu formulieren Ehrgeizler, Karrieristen, Freaks aber auch Hyperintelligente fallen durch. Letztere streben auch eher eine wissenschaftliche Laufbahn an. Triviales Machtpuker überlassen sie anderen. Für sein Parlament qualifizieren sich alle fünf Jahre die hellsten Köpfe aus Wissenschaft, Wirtschaft und Sozialen die nach einem Testverfahren ins Parlament berufen werden. Diese sind für ihr Resort Weisungsbeflug bis auf die kommunale Ebene. Dies bedeutet, die Stadt- und Regionsparlamente empfangen Verordnungen und berichten nach oben. Das Königreich der Tausend ist somit politisch gesehen keine Demokratie. Demokratisch geht es jedoch in den Persönlichkeitsrechten, der Industrie, in den Kommunen und der Bildung zu. Das Grundgesetz der Rechte ist allgemein anerkannt und die Rechtsform hat sich bewährt. Volkes Stimme wird den künftigen Vertretern während ihrer Ausbildung an den Universitäten nahegebracht. Das Tagesgeschäft ist geregelt und der immense Aufwand eine Wahl alle x Jahre Planeten, ja sogar zwei Sternsysteme weit zu veranstalten fällt weg. Seit nunmehr 212 Jahren hat sich dieses System bewährt. In der Halle der Könige stehen wahre Persönlichkeiten, in Stein gemeißelt. Im entfernten Indiesystem ist unabhängig der Lebenszeit des Königs immer ein ranghohes Mitglied der Tausend als Präsident von Königsstadt. So der offizielle Titel, Zeitlebens an der Macht. Die darunterliegenden Strukturen gleichen sich. Man vernachlässigt etwas das entfernte System, weil von uns aus die Eroberung des Alls erfolgte. Das Zentrum der Macht ist hier. Es gibt nachvollziehbare Sonderfälle aber auch Ungewöhnliches im System. Falls der Erwählte in den ersten 10 Jahren seiner Amtszeit verstört ist es normalerweise so, dass sein Ehepartner die oberste Funktion übernimmt. Dazu ist keine Wahl erforderlich. Genau diese will man sich ja durch das Prinzip ersparen. Als zweite Person im Staate ist man zudem nah an der Macht und genießt das Vertrauen der Instanzen. Nur im Ausnahmefall durch zwei Drittel Mehrheit der Tausend kann das gekitt werden. Es kommt selten dazu, ist aber bereits einmal geschehen. Diese Furie wollte niemand ganz vorne sehen. Etwas eigentümlicher ist, dass nur der Regent selbst und seine Kinder den Namen von Vestab tragen dürfen. Stirbt der erste Mann im Staate und sein Nachfahre ist zu schwach die Prüfung für sich zu entscheiden. So bekommt er einen anderen Adelstitel aus dem Namen Saum der Tausend zugewiesen. Noch ein paar Minuten mit seinem compilewerfen Saisonada zu gewermaßen. So Hearing es war so, dass unser Kar Chartres und lusharkere Larger aus den Darstellungen. Und zwar können Sie die books ja boysen nachfahremt. Soокиophie gesehen aus dem Namen Sohail, als auch Raj tuneisiin mit dem Namen Ausnahme aus Herzabzage vraiku, Lo- und wie es die DisparenceIX-Staut wird er front fiber100 Markens. nicht so ganz in schu Vielen Dank. Vielen Dank.